Hallo zusammen, heute Kanutour. Moin. Jetzt kommen gleich die Nächsten. Jetzt liegen wir gerade schon hier abfahrtbereit. Hat lange gedauert bis wir das alles beladen hatten. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Wir bleiben zwei Tage auf der Lippe. Ja und Jörn macht schon mal Bootstaufe. Genau. Warte mal, wie alt der Kahn? Guck mal. Schlüssige Notnahrung, brasilianische Notnahrung. Stefan, unser amtlicher Bootshalter. Und der Jörg ist auch dabei. Jetzt kommen die zehn Mann noch mit ins Boot. Servus. Moin. So, jetzt warten wir noch auf Tino und dann kann es gleich losgehen. Wir haben voll die Natur erlebt. Alte Lippe. Was ist das, Tino? Alter Kanal, oder wie heißt das? Das ist die Lippe. Das andere ist der Kanal, gell? Der Dehnloch. Ne, ist der Lippe. Guck mal, jetzt hier. Wie kommt das Wasser in die Lippe? Gerade durften wir es sehen. Chef paddelt. Oh, Chef paddelt. Oh, Chef paddelt. Das ist der Lippe. Aber, wenn der Lippe ist, wird richtig Chr wegge Olha. Mans ton Amen. 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 Wir üben jetzt das Zielen mit dem Kanu. Mal sehen, ob wir das Tor treffen. Oh, schnell, schnell. Steuerbahn. Vorbei. Okay, das nächste Tor. Irgendeinen treffen wir jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ja. Juhu. 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 Gepfeu. Oh, jetzt. Oh, ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.